Wie riskant ist die Kiew-Reise der EU-Außenminister? Warum streiken die Ärzte am Brückentag? Und was war nochmal mRNA? Das ist die Lage am Montagabend. Spiegelredakteur Oliver Trenkamp hat diese Lage geschrieben. Am Mikrofon ist Julia Mayer. Taktische Züge Im Krieg der Bilder und Symbole hat der Westen nachgelegt. Fast alle EU-Außenministerinnen und Minister trafen sich heute in Kiew, um der Ukraine ihre Unterstützung zuzusichern. Ein solches Treffen habe es nie zuvor außerhalb der EU gegeben, hieß es. Nun kann die Ukraine im Kampf gegen die russischen Angreifer keine Außenminister verschießen, wie ein Kollege heute in unserer Konferenz zugespitzt sagte. Etwas vornehmer formuliert es der Konfliktforscher Fabian Hoffmann von der Universität Oslo. Wichtiger als symbolische Unterstützung ist für die Ukraine etwas anderes. Sie braucht Waffen. Und zwar schnell, schreibt er in einem Gastbeitrag. Die Bundesregierung verzögert aus seiner Sicht mit fadenscheinigen Argumenten die Lieferung von Taurus-Raketen. Von Biden bis Scholz, von Macron bis Strack-Zimmermann. Welches Risiko geht die Politikprominenz ein, wenn sie, meist mit dem Zug, nach Kiew fährt? Von der Bundesregierung redet niemand gern über die durchaus komplexen Vorbereitungen, berichtet mein Kollege Matthias Gebauer. Allerdings raunen Insider schon seit dem Besuch von Außenministerin Annalena Baerbock, die im Mai 2022 als erstes Kabinettsmitglied in die ukrainische Hauptstadt reiste, dass es im Vorfeld solcher Besuche durchaus Absprachen mit den Russen gibt. Ziemlich allgemein heißt es, es gebe durchaus noch Kontakte nach Russland. Das US-Militär habe eine Art rotes Telefon, um mögliche Eskalationen zu vermeiden. Der Deutsche BND verfüge über ähnliche Gesprächskanäle. Warten bis der Arzt kommt. Online einen Arzttermin vereinbaren? Dann können Sie sich gleich mitbehandeln lassen, wegen des lahmen Fingers, den Sie sich beim endlosen Klicken durch ausgegraute Kalenderansichten zuziehen. Am heutigen Brückentag blieben viele Praxen von vornherein zu, die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte streiten. Sie finden, Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach kümmere sich zwar um Krankenhäuser, nicht aber um ihre Nöte. Durch Inflation und fehlende Budgeterhöhungen bleibe immer weniger Geld übrig. Der Minister kontert auf der Kurznachrichtenplattform ex, früher Twitter. Im Mittel verdienen sie aber nach Abzug aller Kosten um die 230.000 Euro pro Jahr. Soll der Beitragssatz für Arbeitnehmer steigen, damit das Honorar weiter steigt? Mein Kollege Martin O. Müller, selbst Mediziner, beschreibt die Lage so. Wir haben so viele Ärzte wie nie zuvor und trotzdem müssen viele Ortskassenpatienten um einen Termin betteln. Niedergelassene Ärzte täten gern so, als wären sie normale Unternehmer mit allen Risiken. Das stimmt nur bedingt, weil die gesetzlichen Krankenkassen ihnen eine Art Umsatzgarantie geben, sagt Martin. Trotzdem verstehe ich, dass Ärzte gern jede Leistung vergütet haben wollen, die sie erbringen. Erinnern Sie sich noch an all die Abkürzungen in der Pandemie? AHA-Regeln, R-Wert, selbst SARS ist ein Akronym. Severe Acute Respiratory Syndrome. Heute feiert das Kürzel mRNA sein Comeback in den Schlagzeilen. Es steht im Deutschen für Boten-Ribonukleinsäure. Herzliche Grüße an die Kollegin, die diesen Text heute vertonen darf. Denn heute wurde bekannt, dass die in Ungarn geborene Wissenschaftlerin Katalin Kariko und der US-Wissenschaftler Drew Wiseman den Nobelpreis für Medizin und Physiologie bekommen werden. Beide forschen an der University of Pennsylvania. Ihre Arbeit bahnte den Weg für die schnelle Entwicklung von Corona-Impfstoffen. Falls Sie es vergessen haben, das funktioniert so. Die mRNA, die in den Impfstoffen steckt, wird künstlich im Labor hergestellt. Bei den Corona-Impfstoffen hat sie den Auftrag, den Bauplan für das sogenannte Spike-Protein zu übermitteln, mit dem das Coronavirus an menschliche Wirtszellen andockt und diese infiziert. Die im Impfstoff enthaltene mRNA wird anschließend vom Körper wieder komplett abgebaut. Was sonst noch wichtig ist. Deutsche Industrie drosselt Produktion. Weil weniger Aufträge kommen, haben Industriefirmen ihre Produktion laut einer Umfrage so stark gedrosselt wie seit dreieinhalb Jahren nicht mehr. Doch Ökonomen sehen auch Hoffnungszeichen. Studierendenwerk warnt vor möglicher Schuldenfalle. Die Zinsen bei der Förderbank KfW steigen auf mehr als neun Prozent. Ein echter sozialpolitischer Skandal, sagt das deutsche Studierendenwerk und rät vor einem Abschluss zu höchster Vorsicht. Playmobil-Konzern streicht hunderte Stellen. Beim Spielzeughersteller Playmobil kriselt es seit längerem. Nun kündigt die Konzernmutter einen beachtlichen Stellenabbau an. Allein in Deutschland sollen 370 Menschen ihren Job verlieren. Soweit die Lage am Abend. Alle aktuellen Entwicklungen finden Sie auf spiegel.de. Wir melden uns hier wieder morgen früh mit der Lage am Morgen.